Wenn ich aus dem Haus gehe, dann habe ich ein paar wichtige Sachen immer dabei. Schlüssel. Natürlich Bankomatkarten. Führerschein. Mein Handy. Wer weiß, ein Lineal habe ich auch immer dabei. Eh klar. Mein Rechenschwer. Ein Schreibzeug ist auch immer notwendig. Vor allem jetzt im Winter, wenn es dunkel wird, habe ich hier schon Lampen dabei. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich mein Fotobrad auch immer dabei habe. Und jetzt gerade bei dem Wetter, der klemmt, ich stecke mir in meinen Schirm ein. Man kann ja nicht wissen. Und oft, wenn ich etwas reparieren muss, hilft der Hammer. Eisig wird es auch. Da passt gut ein Stecken zum Wandern. Aber das Wichtigste sind die binomischen Formeln. Die habe ich immer dabei. Die binomischen Formeln braucht man immer und überall. Die binomischen Formeln braucht man immer und überall. Und jetzt bin ich schon neugierig, womit sich die Schafe dort den ganzen Tag beschäftigen. Und jetzt bin ich schon neugierig, womit sich die Schafe dort befestigt. Na, eh klar. Die binomischen Formeln braucht man immer und überall. Und jetzt stelle ich euch noch die Hauptdarsteller vor. Und jetzt stelle ich euch noch die Hauptdarsteller vor. Also wenn ich da stehe, und jetzt tun wir mal den Schirm da her, einfach nur so, dass man sieht, ich habe immer dabei, nicht ins Unterleuble, jetzt steckst du halt in die Hosen! Einen Schirm? Warte mal, ich habe auch was zum Trauben gemacht. Ja, es ist.